Bisher habt ihr immer Videos gesehen, wo wir mit dem Roller unterwegs waren und schöne Landschaften gesehen haben. Heute möchte ich euch mal ein bisschen von Arecibe, der Hauptstadt von Lanzarote, zeigen. Und dass hier nicht immer alles Gold ist, was glänzt. Viele Häuser sind in einem desolaten Zustand, oftmals nur halbfertig gebaut. Oder man findet große Lücken, wie man sie jetzt hier sieht. Und ganz extrem ist hier der Müll, der natürlich aufgrund der Wärme hier sehr stark stinkt. Und ebenso ganz extrem sind hier die Mauern. Es stinkt hier permanent nach Urin, nach Kot. Das liegt daran, dass die kanarischen Einwohner, Bewohner hier, Einwohner, sehr viele Hunde haben. Und diese natürlich überall hinpinkeln. Boah, es stinkt schon. Das ist Wahnsinn. Es gibt hier sehr viele Bars am Hafen. Diese sind soweit in Ordnung. Der Service wird hier sehr groß geschrieben. Das Personal ist im Allgemeinen sehr freundlich. Und das Personal ist im Allgemeinen sehr freundlich. Ich bin ein Acht. Ich bin ein Acht. Vielen Dank.